Internationale Handelsabkommen Internationale Handelspolitik als konkrete politische Folge aus der theoretischen Befassung mit Außenhandelstheorien legt nahe, dass wir in irgendeiner Form organisieren, den Außenhandel auch tatsächlich zu stärken. Wir hatten in den Außenhandelstheorien abgeleitet, dass der Handel in der Regel Effizienzgewinne ermöglicht und damit tendenziell vorteilhaft für alle Beteiligten ist. Der Weg zur Erschließung dieser Effizienzgewinne in der politischen Praxis liegt dann im Abbau von Handelsbarrieren zwischen Ländern bzw. in der wirtschaftlichen Integration, also in dem Bemühen, wirtschaftlich zusammenzuwachsen. Dies kann über verschiedene Arten von Handelsabkommen und über die Vereinbarung einheitlicher Regeln geschehen, die länderübergreifenden Handel gestalten. Unterschiedliche internationale Institutionen spielen bei der konkreten Handelspolitik außerdem eine Rolle. Darauf werden wir am Schluss der Präsentation kommen. Wie sieht es aus in Europa zunächst mal? Wir haben in Europa natürlich dominierend den europäischen Binnenmarkt innerhalb der EU-Gemeinschaft, innerhalb der Europäischen Union. Wir haben aber in Europa noch eine Vielzahl anderer Handelsabkommen, anderer völkerrechtlicher Verträge, die Handelsbeziehungen regeln, die nicht so sehr im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen, die aber die Vielseitigkeit solcher Handelsabkommen bildhaft darstellen. Insofern wollen wir sie kurz erwähnen. Auf dieser Karte ist hier dunkelblau die Europäische Union markiert als einheitlicher Binnenmarkt, sicherlich eben mit Abstand der größte und wichtigste Block. Wir haben aber neben dem europäischen Binnenmarkt, der EU, hier auch noch die EFTA. Die EFTA ist eine Freihandelszone, die ursprünglich als Gegengewicht zur EWG, zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, gegründet wurde, also als Gegengewicht zur Vorläuferorganisation der Europäischen Union. Heute sind in der EFTA nur noch ein paar wenige Reststaaten, die eben noch nicht Mitglied der Europäischen Union geworden sind. Dann haben wir hier die DCFTA. Das ist ebenfalls eine Freihandelszone. Das ist aber eine Freihandelszone, in der die EU-Staaten ebenfalls Mitglied sind. Das ist eine Freihandelszone der EU-Staaten zusammen mit Georgien, Moldawien und seit 2016 auch mit der Ukraine. Also eine Freihandelszone, die größer ist als der EU-Binnenmarkt. Den EU-Binnenmarkt aber als Mitglied auch dabei hat. Und dann haben wir eine europäische Zollunion, die EUKÜ. Die ist eine Zollunion der EU zusammen mit insbesondere der Türkei, aber auch noch einer Vielzahl von kleinen Inselstaaten. Wir haben also in Europa sowohl Binnenmärkte als auch Freihandelszonen als auch Zollunion. Was unterscheidet diese drei Begrifflichkeiten? Das sind drei Kategorien von internationalen Handelsabkommen, die müssen sich irgendwie theoretisch ausdifferenzieren lassen. Schauen wir uns das an. Zunächst Zollunion und Freihandelszone. Ein Freihandelsabkommen regelt eine Freihandelszone, ist ein völkerrechtlich gültiger Vertrag, der vor allen Dingen die Abschaffung von Handelsbarrieren, tarifären und nicht tarifären, also üblicherweise die Abschaffung von Zöllen, Binnenzöllen und anderen Handelsbeschränkungen, der Mitgliedsländer regelt. Das heißt, innerhalb einer Freihandelszone soll frei gehandelt werden können, wenn es um grenzüberschreitenden Verkehr zwischen den Mitgliedsländern geht. Damit aus dem Freihandelsabkommen eine Zollunion wird, muss ein weiterer Aspekt dazukommen, nämlich ein einheitlicher Außenzoll, beziehungsweise allgemeiner formuliert, eine einheitliche Außenhandelspolitik gegenüber Drittländern. Eine Zollunion ist also mehr, ist stärker integriert, ist stärker zusammengewachsen als eine Freihandelszone, weil eine Zollunion nicht nur meint, innerhalb der beteiligten Länder gibt es keine Zölle und andere Handelsbarrieren, sondern auch nach außen agiert man mit einer einheitlichen Handelspolitik. Dann ergibt sich eine Zollunion. Ein Binnenmarkt ist noch wesentlich mehr. Ein Binnenmarkt hat normalerweise die vier Grundfreiheiten, die wir auch in der Europäischen Union haben. Darauf werden wir in einer anderen Präsentation eingehen. Hier nur so viel, ein Binnenmarkt meint noch wesentlich intensivere Integration, weil er auch andere Bereiche des Wirtschaftens regelt, nicht nur den Handelsverkehr. Wir haben normalerweise behauptet, Außenhandel würde beiderseitige Vorteile schaffen. Man kann allerdings aus einer übergeordneten Perspektive diskutieren, ob eine Zollunion oder auch ein Freihandelsabkommen tatsächlich Wohlfahrtszugewinne erwarten lässt, beziehungsweise wann das kritisch betrachtet werden kann. Aus einer übergeordneten Ebene deshalb, weil das eine Weltsicht sozusagen einnimmt. Also das Ideal wäre ein weltweites Freihandelsabkommen oder eine weltweite Zollunion, nur gibt es dann keinen Außenzoll mehr. Das heißt, der Abbau aller Handelshemmnisse, das wäre das wohlfahrtsökonomische Ideal, weil dann die Arbeitsteilung vollständig durchsetzbar wäre. Vergleichen Sie die Außenhandelstheorie. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn nur bestimmte Länder zusammengeschlossen sind und nicht ein weltweites Abkommen getroffen wird, dann gibt es zwei Effekte, die eventuell gegenläufig sein können. Wir haben einmal den handelsschaffenden Effekt. Wir haben Wohlfahrtssteigerungen durch die Handelsschaffung zwischen den beteiligten Partnern. Das ist ja zwangsläufig so. Die Abschaffung von den Einfuhrzöllen zwischen den in einer Zollunion verbundenen Partnern bewirkt, dass mehr gehandelt wird, dass die Waren ungehindert gehandelt werden können, also billiger sind, als wenn Zölle darauf erhoben würden. Das ist auf jeden Fall ein handelsschaffender Effekt. Es gibt aber auch einen handelsumlenkenden Effekt. Der tritt auf bei Drittländern, die eben nicht Teil der Zollunion sind. Die werden durch die Zollunion benachteiligt, relativ jedenfalls benachteiligt. Und es droht die Gefahr, dass eigentlich effiziente Produzenten aus Drittländern durch die Schaffung einer Zollunion ersetzt werden, durch eigentlich ineffizientere Produzenten aus dem in einer Zollunion verbundenen Land. Eben weil dieses in der Zollunion verbundene Land nicht mehr den Außenzoll drauf hat. Das wäre dann aber ein wohlfahrtsmindernder Effekt, weil nicht mehr die effizienten Produzenten zum Tragen kommen. Man kann sich das nochmal konkreter anschauen, aber erstmal halten wir das fest. Zollunionen werden nur dann als effizient betrachtet werden können, wenn die Effizienzgewinne durch Handelsschaffung eventuelle Effizienzverluste durch Handelsumlenkung überkompensieren. Wenn man also nicht das Ideal des weltweiten Freihandels hinbekommt, sondern nur einzelne Gruppen von Ländern einen Zusammenschluss hinbekommen, dann muss man abwägen, ob das tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung ist oder ob hier handelsumlenkende Effekte sozusagen konträr laufen und Effizienzverluste mit sich bringen. Ja, nochmal hier bebildert, die womöglich störenden Effekte einer Zollunion, die sind dann eben dadurch gekennzeichnet, dass das eigentlich günstiger produzierende Land C nun nicht mehr zum Zug kommt, nicht mehr Land A beliefert, sondern ersetzt wird durch Produzenten aus Land B, obwohl die Produzenten aus Land B eigentlich teurer produzieren, eigentlich ineffizienter sind als die in Land C, weil zwischen Land B und Land A keine Zölle mehr sind, aber sehr wohl zwischen Land C und Land A. Je nachdem, wie hoch die Zollbarriere ist, die die Zollunion nach außen abschattet, je nachdem, wie hoch diese Zölle sind, kann dann der Grad der Ineffizienz sozusagen greifen, der handelsumlenkende Effekt greifen. Dass das keine theoretischen Überlegungen sind, wird gerne diskutiert am Beispiel des Mercosur. Das Mercosur kennzeichnet ein Abkommen von 1991 im südamerikanischen Raum. Venezuela ist erst 2006 dazugekommen und ist im Moment auch als Mitglied wiederum suspendiert, aber fest zusammengeschlossen sind Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Die haben einen gemeinsamen Binnenmarkt geschlossen oder beschlossen damals und tatsächlich kam es infolge dieses Handelsabkommens zu einer Verdreifachung des Handels zwischen diesen vier Mitgliedsstaaten. Allerdings kam die Weltbank in einem Bericht zu dem Ergebnis, dass der Mercosur trotzdem die Konsumenten dieser Länder schlechter stellt. Der Bericht hat für viel Furore gesorgt und insbesondere wird darin beispielsweise die ineffiziente Produktion von Autos in Brasilien gebranntmarkt. Aber der Bericht ist voller eindrucksvoller Beispiele, dass handelsumlenkende Effekte nicht nur ein theoretisches Hirngespinst sind, sondern tatsächlich in realen Wirtschaftsintegrationsräumen behauptet werden können. Nochmal der Blick auf die Welt, um zu zeigen, wo gibt es im Moment Zollunionen, wo gibt es also Präferenzzonen sozusagen, die eben weit weg sind von einem weltweiten Freihandel, sondern einzelne Wirtschaftsräume zusammenfügen. Das ist der momentane Ist-Zustand und das birgt dann eben auch die Gefahren von handelsumlenkenden Effekten, die nicht zwangsläufig aus einer gesamtweltwirtschaftlichen Perspektive das sind, was wir unter effizientem Außenhandel verstehen würden. Nun noch kurz zum Regelrahmen des internationalen Handels. Kann man nur ganz kurz machen, damit Sie es mal gehört haben. Wir haben das GATT, das General Agreement on Tariffs and Trade. Das ist bereits 1948 in Kraft getreten, regelt grundsätzlich oder versucht grundsätzlich, eben ein Abkommen zu sein zum Abbau von Zöllen und sozusagen in Richtung internationalen Freihandel zu treiben. Das Problem damals war, dass es keine Möglichkeit gab, einen tatsächlich institutionellen Rahmen dazu zu vereinbaren. Das kam dann erst mit der Gründung der WTO, der World Trade Organization, 1995. Die WTO ist also sozusagen die Hüterin der Verträge, die damit die Nachfolgeorganisation, die mittlerweile eben nicht nur das GATT verwaltet, sondern auch das GATT und das DRIPS-Abkommen. Das GATT ist das General Agreement on Trade in Services. Da geht es also um Dienstleistungsfreihandel. Und DRIPS ist das für Copyright-Rechte, für Urheberrechte zuständige Vertragswerk, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ist die Abkürzung TRIPS. Die WTO bzw. die ihr zugrunde liegenden Abkommen sind in zähen Verhandlungsrunden gewachsen, evolviert. Wir hängen im Moment schwer in der Doha-Runde. Das heißt, wir sind seit vielen Jahren nicht wirklich wesentlich vorangekommen. Das gab es immer wieder. Es ist ein schwieriges Unterfangen. Der Weg zum internationalen Freihandel ist gespickt mit Schwierigkeiten, mit gegenseitigen Vorwürfen, mit strategischen Verhalten in den Verhandlungen etc. pp. ein lohnendes Feld. Aber soll andeuten, so einfach ist es nicht, da auch hinzukommen. Die aktuelle politische Lage mit dem im Moment etwas unberechenbaren Spieler des neuen amerikanischen Präsidenten tut da ein Übriges sozusagen für Spannung zu sorgen, wie sich die internationale Handelspolitik weiterentwickelt wird. Noch ganz kurz die wichtigsten Charakteristika der WTO-Verträge, der Regeln der WTO sozusagen, wir versuchen mit der Meistbegünstigungsregel oder der Nichtdiskriminierungsklausel dafür zu sorgen, dass Handelspräferenzen, die ein Staat einem irgendeinem anderen einräumt, auch für alle anderen Mitgliedstaaten der WTO oder der Einzelverträge eingeräumt werden. Natürlich mit Ausnahmen, aber grundsätzlich ist hier also die Überlegung, immer dann, wenn Einzelpräferenzen eingeräumt werden, soll das auch für alle gelten. Das heißt, das ist ein Effekt, der zu immer mehr Freihandel führt, automatisch. Umgekehrt, Abbau von Handelshemmnissen, einmal festgelegte Maximalzölle dürfen nie wieder erhöht werden, ohne den Vertrag zu brechen, sondern eben nur noch gesenkt werden. Das heißt, es geht nur Richtung mehr Freihandel, es geht nur Richtung niedrigere Zölle, es kann nicht mehr zurückgehen, jedenfalls solange die Verträge eingehandelt werden. Auch hier natürlich Ausnahmen sind immer möglich, aber der Tendenz nach soll auch das sozusagen zu immer mehr Freihandel führen. Und dann gibt es das Schlichtungsverfahren oder die Schlichtungsverfahren. Die Frage ist ja, was macht denn die WTO, wenn die Prinzipien verletzt werden? Nun, die WTO ist natürlich keine besonders mächtige Weltpolizei. Sie hat keine tatsächlichen unmittelbaren Sanktionsinstrumente zur Verfügung. Was die WTO macht, ist in einem Schlichtungsverfahren, wo sie feststellt, dass einzelne Vertragspartner gegen Regeln verstoßen haben von einem der Handelsverträge, kann die WTO autorisieren, Handelssanktionen zu etablieren. Das heißt, was die WTO macht, ist, wenn ein Mitgliedsland gesündigt hat, dann wird den anderen Mitgliedsländern erlaubt, diesen Sündiger zu bestrafen, indem auch sie gegen die eigentlich vertraglich vereinbarten Regeln verstoßen. Das birgt dann eben immer die Gefahr von Handelskriegen, vergleichen Sie hier wieder zur Präsentation Protektionismus. Die grundsätzliche Idee ist, die WTO fungiert als Hebel für den Fortschritt in Richtung Freihandel und gleichzeitig als Bremsklotz gegen Rückschritt. Die Zölle können nicht mehr erhöht werden, also die Kugel kann eigentlich nicht rückwärts den Berg wieder runterrollen und die Meistbegünstigungsklausel soll eigentlich den ganzen Karren nach oben ziehen in Richtung Freihandel. Schauen wir mal, wann wir den Gipfel erreichen. Tschüss!